Was geht ab mit euch leute? Da steht noch einer! Platsch! Guck mal hier durch. Von Trollpunkt erreicht. Na gut, das war jetzt doch nur ein Feuer. Wow, was ist mit dem denn? Ist der zu viel getrunken oder was? Warum leuchtet der so rot? Arschloch! Oha! Ah, da sind sie wieder EMPs am zünden. Du warst der heftige, ne? Dann wird aktiviert. So, blöd Mann. Der gibt auch 300 Punkte. Du bist der 0815-Typ, dich killen wir sowieso im Nu. Neue Alien-Kreaturen kommen uns da entgegen. Und da oben landen schon wieder neue. Tja, wird wohl irgendwie kein Ende hier nehmen. Ich vergesse mal, dass ich hier mal ein bisschen in diesem Modus rumlaufe. Ah, da gibt's neue Munition, Gott sei Dank. Und dann bin ich mal gespannt. Taktische Optionen führbar. Taktische Optionen führbar. Ach, ich seh doch das schon wieder. Hi! Ich glaube, er hat sich das anders vorgestellt. So. Hier lang. Ich hab irgendwie Angst, jetzt hier einfach meinen Tarnmodus rauszunehmen. Wär auch beinahe schiefgegangen. Ich dachte, er hätte mich jetzt gesehen. Boah. Der kassiert aber ordentlich Headshots. Waah. Tarnfeld aktiviert. Also der Typ da ist echt heftig. Boah. Was kann der alles aushalten, ey? Oder hat der dadurch einen God-Mode? Stürb! So. Das sind unsere Punkte. Genauso wie die hier unten irgendwo. Hä? Sind die schon weg? Na toll. Oh. Da ist ein, äh, Wasserfall oder ein Strudel. Waah. Nein. Boah, ich dachte, der wird da jetzt reingezogen. Das erinnert mich jetzt gerade irgendwie an ein anderes Spiel mit diesen ganzen Strudeln da drin. Aber naja. Ach, da ist wieder so ein Teil. Ey, du Schwanzkopf. Oh oh. Nicht gut. Boah. Der braucht drei von diesen Dingern. Überlegt mal, dass man einen Helikopter mit nur einem da runter holt. Drei Stück. Oha. Also da sind die Granaten echt effektiver. Beziehungsweise die, äh, C4-Minen, die wir ja haben. Und hier ist die letzte Säule. Hopps. Kladderadatsch. Bzzzt. Ah. Sabotiere die zentrale Alien-Struktur. Sabotiere die zentrale Alien-Struktur. Na gut, dann wollen wir das auch noch eben machen. Tabfeld aktiviert. Boah. Wie komm ich denn da durch? Gut. Ja. Mal sehen, was der Anzug alles kann. Ja, da bin ich jetzt aber auch mal gespannt. Ausgezeichnet. Erkennung. Kommunikation. Austausch. Die Protokolle sind kompatibel. Boah. Da muss ich hier auch noch, äh, greifen. Ah, greifen! Mehr Widerstand als erwartet. Sie sollten... Entschuldigen Sie mich bitte. Tschüss. Hoppsa. Huah. Lass mich hoch. Von wegen kompatibel, der Sack. Ich glaub, der wusste noch nicht mal, ob das funktioniert. Oh, meine Fresse. Alcatraz, hören Sie mir genau zu. Die Entscheidung ist gefallen. Die Bomber sind unterwegs. Nichts wie raus da. Ich habe einen Helikopter geschickt. Aber Sie müssen sich beeilen. Suchen Sie sich eine erhöhte Position. Schnell. Ja, lustig, du Typ. Huah. Okay, jetzt müssen wir mal gerade unseren ummodellieren und hier den Verbrauch mal wieder reduzieren. Ach, du heilige Scheiße. Genau so. Die Barriere ist unten. Laufen Sie, Elke Tress. Sie müssen da lebend raus. Sie und der Anzug sind unsere rätige Hoffnung. Ja. Ich kann nicht trennen. Ach, du Kacke. Das ging ja schneller als erwartet. Analyse des Medien der Direktoren abgeschlossen. Neuroform oder Wiese abgeschlossen. Kompatibilitätsregistrierung wird durchgeführt. Verarbeite. 76 Prozent. Sperrprotokolle wird benedigt. Oh je. Ich dachte, das wäre jetzt meine Schuld gewesen, weil ich nicht schnell genug gerannt bin. Aber es scheint anscheinend so gewollt zu sein, dass man das nicht schafft. Das ging aber auch ziemlich schnell. Rennen Sie? Ja, Welle schon da. Haha. Auch nicht schlecht. Na ja, gut. Er muss hier irgendwo sein. Ja. Wenn dieses Ordnungsgerät von Ghoul tatsächlich funktioniert. Und wenn er nicht in den Wellen ertrunken ist? Scheiß Pentagon. Ist denn das zu glauben? Ruhe Marine. Wir haben den Weg. Da! Da drüben! Feinde! Ich bin Chino. Erinnern Sie sich? Ja, danke. Was ist mit ihm geschehen? Ich bin eigentlich jetzt nur fünfmal gestorben und der Anzug hält uns jetzt noch gerade so ein bisschen am Leben. Aber ansonsten ist so eigentlich nichts. Hübscher Anzug, Mann. Von der Fifth Avenue. Waren Sie etwa ohne mich einkaufen? Los! Wir müssen irgendwo hin, wo es sicherer ist. Wir sind hier leichte Wolken. Waren Sie etwa ohne mich einkaufen? Ja, ohne Scheiß, Mann. Unterstütze die Delta Company. Erreiche den Exfiltrationspunkt. Auf Übersicht. Gerne. Jetzt haben wir ja auch noch Kollegen. Das ist ja cool. Aber wir haben nur eine Knarre mit sechs Schuss und unsere tollen Waffen sind jetzt alle weg. Ah. Delta 3, hören Sie mich? Wie sieht's aus? Ich höre Sie, Sir. Wir haben Moluskenangriffe von allen Seiten. Müssen an einen sicheren Ort. Haben Sie den Anzug, Kerl? Wir haben ihn. Bleiben Sie wohl hier. Okay, aber beeilen Sie sich. Wir sind hier in der Unterzahl. Wir haben den Mann gehört. Gehen wir! Gehen wir! Haben Sie den Anzug, Kerl? Na, das ist doch auch lustig. Und wir haben jetzt hier einen Granatenwerfer dran. Aber ich hätte gerne ein Reflexvisier. Ich glaube, damit komme ich besser zurecht. Haben Sie den Anzug, Kerl? Haha. Echt geil, die Typen. Die Typen. Ja. Wir haben uns hier oben. Mal los! No, wir werden hier oben. Oha. 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 Oha! Oha! Erstmal dran vorbei. Was? Sind die schon die ersten gestorben? Das ist ja unglaublich. Pah! So, da ist schon mal einer kaputt. Roms! 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 Roms!